Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Kahner reisen beide nach Marokko. Karl Nehammer wird bei seiner Reise auch von einer großen Wirtschaftsdelegation begleitet. Politisch bedeutender ist aber, dass auch Innenminister Gerhard Kahner mit nach Marokko reist. Offiziell feiern Österreich und der Maghreb-Staat Marokko das 240-jährige Jubiläum ihrer diplomatischen Beziehungen. Allerdings wollen Nehammer und Kahner am Rande der Feierlichkeiten vor allem das Asylproblem ansprechen. Marokkaner haben in Österreich nur in den seltensten Fällen Anrecht auf Asyl. Trotzdem führen sie das aktuelle Asyl-Ranking an. So nimmt der Wüstenstaat abgelehnte Asylwerber nach Angaben des österreichischen Innenministeriums zurück. Das dauere aber jeweils sehr lange und sei bürokratisch.